weiter in der runde geht es steinschloss 5 und hier ist auch unser secret was auch ziemlich eklig ist das ist eine sache was klappen kann aber nicht muss ganz klar der linker hat gewonnen und zwar hier hinten ist es so hier ist nämlich das problem wenn der unten uns derzeit nicht sieht haben wir keine chance können machen was wir wollen deswegen ist diesmal das ist ja so geht es so war es okay das wird eng und das ist immer dieser scheiß schäubert meine fresse warum ist er noch gerade ausgegangen wir probieren es nochmal das war knapp ja ihr kümmert euch oh das war Glück das war aber Glück zu zeitig abgesprungen die Pads langsam wieder nach links okay das hat auch wieder funktioniert und jetzt ich will einfach nur gerade hoch gut Kollege der ist weg und tschüss gut das hat schon mal gut funktioniert jetzt müssen wir nur noch heim kommen und da sehe ich uns schon als nächstes problem ach so ja da könnte es auch noch kein langer kommen da ist hier schon mal Ruhe ich hätte eigentlich schon dort loskennen sollen und das war eigentlich dumm und weg sehr schön da können wir eigentlich schnell rein hier und diese streiten freut sich der dritte sehr schön steinschloss an Melodie nehmen wir auch mit okay wir sind gut dabei falsche Richtung Kollege weißt du kommst nicht mit er kommt aber mit machen wir eine andere Aktion gehen wir gehen wir so rum dass der uns vielleicht nicht so sehr auf den Sack geht kommt der hier na der kommt scheiße und tschüss komm da gehen wir gleich noch mal ins nächste rein das wird auch übelste secret hier ist wirklich auch der letzte scheiß hier geht es erstmal rennen 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 und springen und tschüss verarscht verarscht tun die sich unten das schon mitkriegen tun die sich unten das schon mitkriegen man könnte sagen das ist der letzte weil eigentlich will das spiel dass man dort hin und her rennt das habe ich nicht einmal gesagt wir müssen ja so umnehmlich so umnehmlich geht das da sind wir mal da können wir hier einen ganz entspannten Hasen machen und können uns die könnten hier rüber holen warte okay hallo folge mir okay warte okay willst du noch hallo hallo folge mir hallo komm macht in ruhe jungs macht in ruhe jungs ich kann irgendeinen ganz entspannten machen so darf man oben die melodie vergessen so zunehmlich geht das eigentlich dürfte das das Cocking ein großes Problem sein aber manchmal spinnt diese Spiel guck guck kommt der andere mit rüber nö doch ja das ist sehr gut duelliert euch guck ich mache weg hier ja freudig und wir sind eigentlich ja sehr schön und wir sind eigentlich bursch ja als nächstes kommt noch die abschlussbegründung aber die machen wir dann gucken bloß schon mal rein aber die machen wir dann das nächste mal gucken wir schon mal war das ja ok ah ihr speichert es auch ok gut hier machen wir eine pause und machen wir dann das nächste mal weiter